Einen Hinweis möchte ich an dieser Stelle noch einmal geben in Bezug auf das Nackentraining oder die Nackendehnung. Und zwar speziell, wenn wir mit dem Kopf nach vorne dehnen, also entweder mittig oder zur Seite nach unten ziehen, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Ja, und wir machen auch hier immer mal den Handwechsel. Also alles, was irgendwo nach unten geht, darauf zu achten, dass deine Körperhaltung die richtige ist. Denn schnell, wenn wir nach unten dehnen, krümmt sich hier oben im Nacken leicht die Wirbelsäule und wir machen einen kleinen Buckel. Und an der Stelle ist es wirklich sehr hilfreich, dir hier hinten den C7-Wirbel, das ist der, der hier im Nacken immer so ein kleines bisschen rausschaut, dir auch ein bisschen zu vorzustellen, zu vergegenwärtigen, dass du mit dem Teil hier hinten dich wirklich nach oben bewegst. Das heißt also, wenn du nach unten drückst, gleichzeitig hier in die Aufrichtung zu gehen, sodass einerseits der Kopf nach unten und andererseits der Hals nach oben gedehnt wird. Ja, ich drücke nach unten und hier gehe ich nach oben und du siehst, dass dann meine Wirbelsäule auch im Brustbereich sich aufrichtet. Und ich kann hier, wenn ich hier hinten nach hinten oben ziehe, kann ich auch sozusagen den Zug, die Dehnung noch ein bisschen mehr verstärken, als wenn ich jetzt einfach nur nach unten drücke und nachgebe. Somit ziehe ich also nach unten und ziehe gleichzeitig in die andere Richtung und dann merkst du gleich einen viel größeren Zug und der kann nochmal richtig viel Platz in der Wirbelsäule, auch in den oberen Halswirbeln vom Atlas, dem ersten und dem zweiten Wirbel, hier hinten nochmal sehr viel Platz bereiten und da Verspannungen, die wir halt im Nacken haben, da auch effektiver lösen. Also gerade wirklich bei allen Übungen, wo es nach unten geht, immer gucken, dass du hier nicht kollabierst, sondern aufgerichtet in der Wirbelsäule bleibst, nach unten dehnst und gleichzeitig dir vorstellst, dich nach hinten oben vom C7-Wirbel hochzuziehen. Also ein Zug in beide Richtungen gleichzeitig, das bringt wirklich nochmal ganz viel Platz in der Nackenwirbelsäule und kann Verspannungen effektiver lösen. Dieses Video ist Teil des Kiefer-Nacken-Kopf-Online-Kurses. Mit über 10 Stunden Videomaterial an detaillierten Erklärungen und geführten Übungen zur Lockerung, Mobilisierung, Entspannung und Dehnung lernst du deine Schmerzen im Kiefer, Nacken und Kopf zu heilen. Zusätzliche Achtsamkeitsübungen und Meditationen, Übungen mit der Faszienrolle und entspannungstherapeutische Übungsserien bringen dir bei, wieder in ein schmerzbefreites Leben zurückzufinden. Starte in deine schmerzfreie Zukunft noch heute. Weitere Infos und kostenlose Einblicke findest du auf kiefer-nacken-kopf.de oder auf kuyome.com.